Wahrheit oder Fake? Die US-Rapperin Nicki Minaj hat ihr Karriereende verkündet. Ich habe beschlossen, in den Ruhestand zu gehen, gibt die 36-Jährige via Twitter bekannt. Grund für den Rückzug soll sein, dass sich die Musikerin auf ihr Familienleben konzentrieren will. Minaj ist mit dem in der Musikbranche tätigen Kenneth Petty verlobt. Sie sagte kürzlich, dass die Hochzeit in den nächsten Monaten bevorstehe. Wie ernst ihre Rücktrittserklärung gemeint ist, bleibt allerdings abzuwarten. Erst im Juni hatte Minaj gesagt, sie arbeite an ihrem 5. Studioalbum. Die von der Karibikinsel Trinidad stammende Minaj ist eine der erfolgreichsten Rap- und Hip-Hopmusikerinnen der Welt. Sie hat weltweit mehr als 5 Millionen Alben verkauft.